Willkommen zurück. Servus zu dem NomenSky. Ja, äh, wir haben gespeichert, was sollten wir jetzt eigentlich machen? Ach so, wir müssen jetzt, ich hab jetzt mal den Unterstück, vielleicht, sonst noch abschließt. Was? Ich kriege gerade bei dir. Dauerstoff nicht mehr mit. Wie bis man hier Wasserstelle verbrauchen muss, dann glaube ich schon nicht. Jammer. So, klar zur Basisgebiete zurück. Zug auf dem Portokal, das einmalige Nutzen, zunächst aus zusätzlichen Archiven wiederherstellen. Eintrag, Erfolge, was auch immer, kannst du zum größten Teils. Erfolgreich, Geburgengeber, gebogen die Daten aus, nahe, gelegen, Rucks, Pläne aufgezeichnet, Sven, bis nachauf, so wie wir uns da noch ein bisschen weitergehen. Genauso. Der Holmau, die diesen Portokal aufgezeichnet hat, hat offensichtlich gewissen, gewissen, Abfolge, ich hatte zugebracht, ist ein Pläne, aber gleich kann ich, dann anstrengend, ja. Das kommt von mir aus. Ach, ok. Konstruktionsvorschung. Ja, eine Station. Das stellt jetzt raus. Das ist wirklich benötigt, weil ich ein automatisiertes Verbietplatz. Hier, reines Verbietplatz. Da, platzieren wir mal reines Verbiet. Hier braucht die Frau 20. Im Amor, Emotionen, Kohle, weis mondo, wir schon mal her. ich habe auch kein kölnstoff gut ist sind dies wir müssen uns gleich auf die Gölscher für die Drogen machen aber ich bin froh, dass die Drogen durch ist und wir endlich schon ein Ding machen können ich kann auf jeden Fall sehr hohe Reise werden ich kann wohl zurück ich brauche auf jeden Fall ein neues Gewehr und alles wir sind uns nettlich aber wir müssen erstmal mit diesem Beschränktempel durch naja wir können hier einiges finden das Problem ist aber auch die Drogen Problem verzeiht so Raffinerie das Ding mit das Ding mit dem Bums das Ding mit dem Bums alles über 3 das Ding mit dem Bums alles über 3 das Ding mit dem Bums Ich habe es auch geholfen. Ich habe es auch geholfen. Ich habe es auch geholfen. Diagnose, Diagnosevorschlag, die euer Benutzer sollte gepunkte Daten aus, verkrabene Chlorien beerben, wüsste ein Erlösesystem aus und verwende es. Oh, ist das irgendwie nennen? Ähh... H... N... H... Das muss ich so überwischen. Vergehen. Nein, aber es ist H&K. Ja, da bauen wir uns jetzt ein paar Metallplatten, die brauchen wir hier oder noch. Mehr herstellen. Obwohl eigentlich, solange ich nicht fliege, kann ich ja eigentlich Dings weiter machen. Tastatur und Maus, weil beim Fliegen ist Controller echt nice. Aber so zum Spielen ist es besser, wenn man Maus und Tastatur oder was? Wie soll ich das machen? So. Wo sind sie da rausgegangen? Verstehen, verstehen, los. Jo, passt halt. Wir brauchen noch mehr Technologie, okay. So, nur mit Kontrollnummern gespielt, weil ich die Tastenbelegung für den Maustastro, die ich wirklich kenne. Von daher... Technologie, verbrauchte Technologie, wo haben wir sie? Was müsste verbrauchte Technologie sein? Trümmer? Ledigte Maschine? Oh ne... Da haben wir sie. Verbrauchte Technologie. Äh... Das ist nur ein Weilschnil. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Hier haben wir sie. Schild upgrade. Alter. Was installieren wir gleich bei uns? Hier. Zack rein. Eine verdächtige Schwarzmarkt-Modifikation für Lebenserhaltung. Dieses upgrade-Modul, das dazu jede galaktische Standort für Verarbeitung und Sicherheit geht, geht auf Strom-Modul-Energie und Lebenserhaltungssamt ab. Ich habe jetzt ein Wort für tot gelernt. Muss aber mal gucken, ob wir noch eine Technologie sind. Ist ja auch wenigstens weit weg, man. Was haben wir noch eine Technologie? Wie weit ist die? 300 Kilo-Netz? 356 Kilo-Netz? Ah ja. Es kommt auch schon bis hin… Ichersiong und raes Video. O sorryques. auch schon drin, Max. nicht TrzedelBS-Label schrank mal zerlegen. Es geht noch völlig los. freuen wir uns mal den ganzen zauberstand ja so ja ja ne 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 wo ist es jetzt ganz heuer da drüben? muss der so ein Berg sein? so machen wir kurz wieder dieses da voll mit dem Ich schaue mal ein Wort. Ich schaue mal ein Wort. Autsch! Vorne durchgestimmt. Das ist das. Apfnetisiertes Verrückt. So. So. Das lernen wir hier. Wir haben ein Wort für Ich gelernt. Ok. Reisemeinstell erreicht. Schüler. Worte gelernt 8. Das nächste Wort. Wir haben das Wort für Du gelernt. Ok. Wir haben das. 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 Das Ding steht da oben. uma. Das Ding steht da oben. Wie? Wo stehen? Bogen da dort machen wir 4. Sehr nice. Neugebäude-Teil gelernt. Kabel können wir umsonst machen. So, was machen wir jetzt noch schnell? Wir bauen erst noch eine Teilplatte. Können wir bauen. Mit dem Biomasserwerk sofort hin. Nehmen wir uns das Kabel und lassen da an. Und bauen das da dran. Dann gehen wir hier rein. Und bauen einen gedichteten Kohlenstoff-Synx-Fan-Sparweichgriff auswirken. Und schon ist unser Portal an. Eis. Versorgen. Mit dem Bild. Hast du das jetzt mal weg? Ist jetzt hier abgeschlossen? Mit dem Bild verabschieden wir uns dann einfach mal aus der Folge. Danke fürs Beisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Falltaste nach links. Gätschle�리.